Moin und Ahoi! Heute stellen wir euch unsere Schiffssimulatoren am Campus Werderstraße vor. Im Institut für maritime Simulationen finden wir gleich zwei voll ausgestattete Brücken vor. Diese verfügen über ein Sichtfeld von je 270 Grad und werden laufend auf den neuesten Stand gebracht. Seit Gründung des Instituts besteht eine enge Kooperation mit dem Simulationshersteller, um stets die aktuellste Technologie und Software zur Verfügung zu stellen. Das Institut für maritime Simulationen bietet unter anderem verschiedene öffentliche Kurse an. Bei Interessen findet ihr mehr Infos unter dem Link in unserer Bio.